Du hast mir ein tolles Leben versprochen. Das ist es nicht. Selby, du hast ja recht. Ich weiß, aber ich weiß nicht. Gar nichts verstehst du. Nicht mal, als ich dir gesagt habe, dass ich was verhungert bin, hast du was unternommen. Ich dachte, dass ich vielleicht... Du nutzt mich einfach immer nur aus. Nein, das stimmt nicht. Und ob das stimmt? Du nutzt mich nur aus. Das stimmt nicht, Selby. Er hat mich geschlagen und vergewaltigt. Er hätte mich umgebracht, wenn ich ihn nicht getötet hätte. Verstehst du das? Ich habe das für uns gemacht. Ich hatte so Angst, dass du weggehst von mir. Du bist alles, was ich habe. Ich habe das für uns gemacht. Ich habe das für uns gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020